Hi, mein Name ist Melvin und ich interessiere mich für Politik und gesellschaftliche Themen und bin 18 Jahre alt, gehöre damit also zur jüngeren Generation. Und dennoch finde ich die Frage spannend, wie würde der Deutsche Bundestag und auch die deutsche Politiklandschaft aussehen, wenn wir wie in anderen Staaten, wie z.B. in Frankreich oder Großbritannien, ein Mehrheitswahlrecht hätten, anstatt des Verhältniswahlrechts. Einmal der Unterschied, beim Mehrheitswahlrecht gewinnt der Kandidat in einem Wahlkreis oder der Kandidat auf einem Präsidentenamt mit den meisten Stimmen. Es geht dabei nicht darum, wie viel Prozent er erreicht hat, sondern ob er mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte oder für sich vereinigen konnte als andere Kandidaten. Beim Verhältniswahlrecht sieht es so aus, dass egal wie viele Stimmen der Kandidat hat, erst ab 50 Prozent plus eine Stimme mehr hat die Partei oder der Kandidat gewonnen. Das ist ein großer Unterschied, denn beim Verhältniswahlrecht sind meistens mehrere Parteien im Parlament vertreten. Doch wie würde jetzt der Deutsche Bundestag eigentlich aussehen, wenn wir in Deutschland ein Mehrheitswahlrecht hätten? Hier ein Beispiel. Bei der letzten Bundestagswahl hätten wir ein deutlich anderes Ergebnis gehabt. Damals sah ja der Bundestag dann so aus, dass gesamt die SPD 206 Mandate hat, die CDU 152, die Grünen 118, die FDP 91, die AfD 83, die CSU 45, die Linkspartei 39 und der südschlässige Wählerverband einen. Bei einer Bundestagswahl, wie sie 2021 passiert ist, wo es nur das Mehrheitswahlrecht gegeben hätte, hätte das Endergebnis so ausgesehen, denn da hätte die SPD 121 Mandate gehabt, die CDU 98, die Grünen 16, die FDP gar keine, wäre also gar nicht im Bundestag vertreten gewesen, die AfD 16, die CSU 45 und die Linkspartei 3. Hier muss man auch unterscheiden, dass, wenn man sich das genauer anguckt, die SPD hätte also mit der CDU CSU zusammen eigentlich fast 90% aller Sitze im Parlament gehabt. Das entspricht aber überhaupt nicht ihrem Wähleranteil. Wenn wir uns den jetzt mal angucken, hatte die SPD bei den Erststimmen nämlich 26,4% und die CDU 22,6% plus die CSU, die hatte 6%, waren es 28,6%. Und klar kann man jetzt sagen, ja ist ja fairer das System, weil es eine Mehrheitswahl ist, das heißt der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt auch, aber man vergisst hier, einerseits haben bei der letzten Wahl, auch bei den Erststimmen, 4 Millionen Menschen die FDP gewählt, die werden also nicht berücksichtigt. Das wäre dann dasselbe Prinzip wie mit der 5%-Hürde, heißt wenn die Partei es nicht schafft, irgendwo zu gewinnen, dann gewinnt sie gar nicht. Aber noch krasser wäre das Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017. Wir erinnern uns, damals ist die AfD erstmals mit 10% im Bundestag eingezogen und war dort die stärkste Oppositionspartei. Wie wäre das jetzt aber, wenn wir nur das Mehrheitswahlrecht hätten? Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, weil das ist nämlich ultra interessant und würde wahrscheinlich bei einigen echt die Frage aufwerfen, wäre ein Mehrheitswahlrecht wirklich so gut? Also bei der Bundestagswahl 2017 sah der Bundestag am Ende genau so aus, hätten wir jetzt aber nur die Erststimmen, also das Mehrheitswahlrecht, dann hätte der Bundestag 2017 so ausgesehen. Die CDU hätte 185 Mandate gehabt, die SPD 59, die AfD 3, die Linkspartei 5, die Grünen 1 und die CSU 46. Das bedeutet, bei einem Mehrheitswahlrecht hätte die CDU durchregieren können mit einer überragenden Zweidrittelmehrheit in Deutschland und hätte keine Koalition einnehmen müssen, obwohl sie nur bei dem Erststimmen 30% auf sich vereinigen konnte. Das heißt, dort hätte eine Partei mit einem Drittel, nicht mal unter einem Drittel der Wählerstimmen, hätte durchregieren können. Und daran kann man extrem gut erkennen, wie ungerecht am Ende das Mehrheitswahlrecht ist. Und deswegen ist es wahnsinnig gut, dass in Deutschland neben dem Mehrheitswahlrecht in der Erststimme auch das Verhältniswahlrecht in der Zweitstimme ist, um dieses wieder auszugleichen. Von daher kann man sagen, dass das Mehrheitswahlrecht zum Beispiel in Deutschland die großen Parteien CDU und SPD extremst bevorzugen würde und dafür sorgen würde, dass Deutschland aus einem Mehrparteienstaat ein Zwei-Parteien-System wie in den USA werden würde. Und das würde natürlich die Gesellschaft auch politisch deutlich mehr polarisieren, weil es weniger Sinn machen würde, Parteien wie die AfD, die Grünen, die FDP oder die Linkspartei zu wählen, weil am Ende klar wäre, dass diese wenig Sitz im Bundestag haben. Und von der Sicht aus wäre es sehr gut, wenn solche Gedanken, dass in Deutschland das Mehrheitswahlsystem durchgesetzt wird, wäre das nicht gut, weil eben kleinere Parteien kaum eine Chance hätten, überhaupt in Regierungsverhandlungen zu kommen oder neu gegründete Parteien nicht mal den Ansatz einer Chance hätten, überhaupt in den Bundestag zu kommen, wenn sie 5% aller Stimmen, aller Wählerinnen auf sich vereinigen können. Und von daher ist es gut, dass wir in Deutschland kein Mehrheitswahlsystem haben, weil das würde den politischen Diskurs extrem ungerecht machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.